26. März 2015. Frühling. Fehlanzeige, zumindest hier in Ischgl. Schließlich wird hier noch mehr als einen Monat Ski gefahren. Wie man hinter mir sieht, sind nach wie vor alle Pisten und Anlagen in Betrieb. Dafür, dass das so bleibt, sorgt nicht nur Frau Holler, sondern auch Pistenschef Seraphine Siegeler mit seinem Team. In der Silfretter Arena Ischgls am Nauen sorgen 238 Pistenkilometer und 45 Lift- und Seilbahnanlagen für Skivergnügen der Extra-Klasse. Auch wenn die Sonne einmal nicht scheint. Die Wintersaison in Ischgl dauert noch bis einschließlich 3. Mai 2015.